das kann ja was werden ich hab kaum heilung und naja warum nicht vergiftet das jetzt nicht wieder oder paralysiert 50 cool was haben wir denn noch ein legschies wir überstehen den kampf so gut es geht und hoffen wir einfach mal ich muss noch kommen wie der post heißt damit ich das nachher schreiben kann 80 na das ist gut made and made and ich nenne ihn einfach jetzt mal mit gut heilung kann ich mittlerweile auch vergessen sei denn dieses hilft mir mana aufzufüllen ich muss mir unbedingt mana tränke her kaufen weil so geht das natürlich nicht fünf nochmal fünf zwei mal fünf 28 gut nur notfalls beleben was er halt wieder ich hab ja welche ein kritischer treffer mit 80 oder so wäre schon mal genial ich hoffe einfach mal es funktioniert irgendwie noch mal 27 boah heilte ich es nicht so viel ich bin sicher Rami wird das nachher hier den letzten Schlag machen der hält sich ja nur noch was ist das denn für ein Betrug so sieht ja lustig aus ich hatte dass das nicht auch mana punkte heilt könntest du jetzt mal aufhören mir hier ständig lebenspunkte abzuziehen ist ja schlimm gibt das doch mana punkte ein bisschen wir ach das war es gibt tatsächlich welche wir cool gut zu wissen fünf um genau zu sein gibts wir deswegen zwei mal ne fünf das ist natürlich gut zu wissen los schneller los schneller da 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 da